Zumindest ein Thema, was überhaupt nicht funktioniert. Heute war großer Warntag. Um 11 Uhr sollten überall die Sirenen schallen. War nicht überall der Fall. Und Sie sagen, zum Glück war das nur eine Probe. Absolut. Wir haben im Katastrophenschutz gesehen, heute der Warntag. In vielen Bundesländern hat es nicht geklappt mit den Warnungen, in manchen besser. In Berlin beispielsweise keine einzige Sirene hat aufgeheult, weil eben nur 28 von 400 Standorten besetzt waren. Aber die 28 waren nicht angeschlossen. Dann haben wir das Problem, dass natürlich nicht nur die Warnung selber problematisch ist, sondern es muss auch davor was passieren. Die Selbsthilfefähigkeit in der Bevölkerung muss hergestellt werden. Und auch nach einer Warnung muss eine Katastrophe bewältigt werden. Und auch da liegt der Hase im Pfeffer. Denn die Behörden sind auf Katastrophen nicht mehr vorbereitet. Wir haben das im Ahrtal gesehen. Wir sehen das immer wieder. Gerade in den großen Städten ist die Koordination mangelhaft. Und wir können wirklich von Glück sein, ich darf das hier nur mal betonen, dass das diesmal noch keine echte Katastrophe war. Denn dann wird es wirklich haarig für Deutschland. Ich will nicht mit so einer schlechten Nachricht aus der Sendung gehen. Sie müssen uns einmal noch nachliefern, was passieren muss. Wann wird es klappen? Doch nicht erst in Berlin, haben Sie, glaube ich, gesagt 2024. Bitte sagen Sie, dass das nicht sein kann. Ja, das ist jetzt sehr schwierig. Eine Minute habe ich auf dem Ohr gerade. Herr Stahl hat ja gesagt, woran es liegt. Wir haben einen Senat, der sich um die Prioritäten nicht kümmert. Und es braucht eine Politik, die anfängt, sich damit zu beschäftigen, wie wir die Probleme in den Griff bekommen. FDP hat einen ganz klaren Vorschlag gemacht. Diese organisierte Verantwortungslosigkeit, die wir beispielsweise in Berlin haben. Einen Senat, der sagt, die Bezirke sind schuld, dass im Katastrophenschutz nichts passiert. Alle sind immer die anderen schuld. Muss man da mehr Geld in die Hand nehmen? Nein, da muss man eine ganz radikale Reform machen. Wir müssen in Berlin beispielsweise zu einer einstufigen Verwaltung kommen, wo diese elenden Bezirksämter wegkommen. Wo man einfach sagt, es gibt auch einen, der am Ende verantwortlich ist. Oder eine, die am Ende verantwortlich ist, die verantwortlich handelt und Verantwortung auch übernimmt. Grundsätzliches Problem, gerade im Katastrophenschutz, ganz, ganz wichtig, dass da in Deutschland was passiert. Weil unsere Katastrophenschutzbehörden haben 30 Jahre jetzt, Friedensdividende und so weiter, ist leider aufgebraucht, viel zu wenig Aufmerksamkeit. Und wenn wir einen Blackout haben, dann kracht alles zusammen. Riecht vorher vielleicht eine Warnung. Wenn wir einen Blackout haben, dann wird es auch mit der Warnung schwierig, weil die Sirenen ja nicht funktionieren. Ich hatte die eigentlich angezündet für die Opfer, aber wahrscheinlich zünde ich die gerade für unser Land an, weil es wird bald dunkel werden. Und wenn man das hört, ganz ehrlich, für diesen Berliner Senat und dieses Versagen hilft keine Kerze mehr, da helfen nur Neuwahlen. Und ich hoffe, dass wir in einem Ernstfall alle geschützt sind. Aber wir sollten mal bei den Bürgern anfangen, langsam aufzuschreien und zu sagen, bis hier und nicht weiter, das ist doch nicht wirklich unser Land, was hier abläuft. Unfähigkeit hoch 10.